Seid mutig, wählt die Linke. Wer an unseren Kindern spart, spart an der Zukunft. Deshalb gleiche Bildungschancen für alle. Das fängt beim kostenlosen Essen an. Auf dem Land ist schon immer Lockdown. Wir machen unsere Dörfer wieder lebendig und lebenswert. Traurige Aussichten für alle, die in ländlichen Regionen auf Bus und Bahn warten. Wir wollen Nahverkehr zum Nulltarif. Überall. Rausgeschmissen und abgedrennt. Wohnen in der Stadt wird unbezahlbar. Deshalb die Mieten deckeln. Sofort. Feierabend ist kein Feierabend, wenn du noch Zeitungen austragen musst. Wir schaffen gute Arbeit, von der alle leben können. Auch im Alter. Rüstung kostet Unsummen und verschmutzt die Umwelt. Frieden für unsere Kinder. Atombomben raus. Seid mutig, denn nach der Wahl sieht man es doch. Deshalb am 14. März. Die Linke wählt. Ich erzähl's auch niemanden.